Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Batman Arkham Knight. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, zumal ich ja bei der letzten Folge ein bisschen ausgetickt bin, weil der Schwierigkeitsgrad jetzt irgendwie enorm blöd ist, sag ich mal, wenn man nicht alles geskillt hat. Ich hoffe, dass ich das jetzt endlich mal hier schaffe, weil ich will die Story durchspielen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich jetzt mal ganz kurz die Rauchbomben wollte ich nehmen für den Fall. Ich komme mir irgendwie nicht ganz so klar, oder? Ich muss hier den Bettrang erstmal ausfüllen. Das ist alles nicht so einfach hier, Leute. Ich hoffe, dass ich die jetzt endlich mal packe. Ich muss die mit dem Elektrozeug, die muss ich auf alle Fälle ausschalten. Aber das ist nicht so einfach. Komm, hau'n um. Nein. Ja, ey. Das ist schon wieder soweit. Stresst mich hier ein bisschen, sag ich mal. Weil das hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Komm, jetzt hau'n um. Oh, ich kann die dann aber manchmal auch nicht abwehren. Manchmal macht er das einfach nicht. Dieses räudige Spiel, sag ich euch. Oh, Mann, Alter. Jetzt hau'n doch mal um da. Mensch. Den da hinten, komm. Ich möchte das doch nur schaffen. Ey, es ist einfach zu übertrieben. Ganz ehrlich, ohne Scheiß. Wenn man hier nicht alles geskillt hat, hat man einfach dermaßen die Arschkarte gezogen. Jetzt mal meine Arm zerbrechen. Das stresst mich ein bisschen. Komm. Schnappen die jetzt. Alter, ich hab doch grad diese Scheiße hier auf denen gemacht. Ja, jetzt hab ich sie wieder erlebt. Du bist nicht der einzige Wettbewerb. Nein. Oh, Mann. Komm, und jetzt hau'n um. Komm, den da hinten will ich. Oh, bitte geh jetzt nicht drauf, Alter. Jetzt wird der Wettbewerb so stark, was? Komm. Oh, das war der falsche Mensch. Oh, wir haben's gleich, Alter. Aber wir schaffen es bestimmt nicht mehr. Geht hinten rum. Weich aus. Oh, Mann, Junge, du brauchst es doch bloß wegspringen. Hey, Leute, es regt mich schon wieder auf. Es regt mich schon wieder auf hier. Ich weiß nicht, was das für eine Kacke ist. Du stirbst hier. Und deine Legende stirbt mit dir. Ja, Leute, dann Versuch Nummer 2. Ich glaub, es folgen noch ein paar Versuche. Auf jeden Fall ist das hier echt nicht normal. Das ist echt total schwachsinnig, meiner Meinung nach auch. Und der nimmt auch immer die Leute, die ich eigentlich überhaupt nicht brauch, ne? Die macht er K.O., die ich nicht brauch. Mensch, Junge, warum springst du nicht weg, du Vollpfosten, echt? Das ist doch hier echt so zum Kotzen, ne? Ich muss es schaffen. Mann, Alter! Ich kann gar nicht so oft ausweichen, wie ich hier ausweichen muss. Naja, wieder ein Elektrofuzzi, das ist gut. Oh, das war der Falsche. Oh, auch wieder verkackt. Komm, hau ab. Mensch, Junge, Alter. Ja, jetzt weise ich auch langsam nicht mehr weiter. Denn jetzt gehen wir auch... Mann, alter Junge! Alter, jetzt habe ich es gleich, Gott sei Dank. Puh, alter, jetzt haben wir es endlich mal gepackt. Ja, jetzt gibt es doch nicht echt. Total übertrieben. Untersuche das Stromaggregat, um das GCPD wieder mit Strom zu versorgen. Ja. Batman, steigst du bitte mal ein in dein Geschoss hier? Oder muss ich dir das fünfmal sagen? Jo, jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Na los! Joker, halt bloß die Fresse, ey! Geh mir bloß nicht auf die Eier, Mann! Hahaha, und jetzt hast du sie alle zum Tode verdammt. Ja, 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 ja. Laber mal schon weiter. Ich kann mir dein blödes Gelaber zwar nicht mehr lang anhören, aber... Was soll ich machen? So, wo muss ich jetzt hin? Verschwinden wir einfach und lassen sie alle sterben. Sonst muss ich später wiederkommen und sie alle abmuchsen. Und das wäre, ehrlich gesagt, viel unangenehmer für alle. Bin ich jetzt von hier gekommen? Deine Wahl, Benz. Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Ne, von hier bin ich nicht gekommen. Ich muss hier auf alle Fälle hoch. Glaube ich zumindest. Ich glaube und hoffe zugleich... ...dass wir hier zu unserem Ziel kommen. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Und der alte Jim, wo das mal sehen könnte. Oh, wow, wow. Was ist denn da los, Alter? Wie viel das sind, ne? Als wenn tatsächlich mal jemand so eine Aktion starten würde, ne? Ein ganzes Polizeipräsidium zu zerstören. Und was muss ich jetzt machen? Ich muss jetzt alle kaputt machen, oder wie? Hehehe. Das PCVV. Heimat der tatzenden Frauen und Männer Gothams. Ein Leuchtfeuer der Hoffnung in einer Stadt. Voller Chaos und Verzweiflung. Seht zu, wie ich es auslöse. Orkel, der Generator wurde zerstört. Verflucht. Okay, es gibt ein Notstromaggregat in der Tiefgarage, aber das hätte schon starten sollen. Auf dem Weg. Der Eingang zur Tiefgarage steht anscheinend offen. Du kannst den Generator von da aus erreichen. Okay. Gelange zur Tiefgarage des GCPD. Aber da steht auch so ein Viech, oder? Ein dummer Helikopter. Warte mal, warte mal, warte mal. Das Ding muss ich, glaube ich, hier wieder ein bisschen irritieren. Distanz-Hacking-Gerät, oder? Nein, los. Oh, da stehen schon wieder so Gauner da unten. Schon wieder die Viecher, habe ich gar keinen Bock drauf, ey. Wir werden hier kein Risiko eingehen. Denk dran, wir stürmen das Gebäude und töten alle, wie er es befohlen hat. Hm. Batman ist... Das gefällt mir gar nicht hier schon wieder, ey. Oh, Alter. Wie mich das aufregt, wenn ich bei denen nicht ausweichen kann, ne? Dann zeig mal, was du drauf hast. Komm, renn weg. Jetzt hauen wir alle um hier, Batman. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße hier. Hey, es sind auch immer viel zu viele hier einfach, ne? Ich meine, es ist schon geil, wenn es so viele sind, aber nicht, wenn das... Nicht, wenn das hier irgendwie übertrieben schwer ist. Wenn man, sag ich mal, nicht alles, das gilt hat, ne? Oh, nee. Alter. Komm, hauen um. Du, jetzt mach'n Platz, den Fettmannst. Oh, Mann, Alter, ist das behindert. Als wenn die komplett unter Strom stehen würden. Es ist so lächerlich, ne? Ich meine, das machen sie ja nicht. Ist ja offensichtlich, ansonsten würden sie ja selber auch einen Schlag abkriegen. Es ist so dumm, ne? Es ist so dumm, sag' ich euch. Hey, man, ich konnte es echt nicht beschissener machen. Diese Typen, wenn das 1, 2 oder so wären, ja? Kein Problem, aber wenn das echt jedes Mal so viele sind und du da nur am Abkacken bist, weil die so behindert ist... Distanz-Stromladung. Das haben wir hier, oder? Oh, ja. Bereite dich auf einen Kampf vor. Ach, Batman, Batman. Ey, aber ganz ehrlich, Leute, jetzt... Das Spiel ist geil. Aber ich bin nur noch froh, wenn wir es durchhaben, ne? Muss ich jetzt leider mal so sagen. Das wird auch ein bisschen eintönig jetzt, immer diese Elektro-Typen da zu töten. Jetzt muss ich raus, ne? Okay. Aber das Batmobil schaut ganz geil aus, so in der Farbe muss ich sagen. Ist mal ein bisschen was anderes. Nee. Ich bin nicht bereit. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Na, dann los. 5, 4, 3, 2, 1, beenden wir es. Ich seh auch nix, ne? Ich seh überhaupt nix hier. Alter, ich hab eigentlich gedacht, das ist ein Joke, dass ich die hier alle töten soll, ne? Batman, der Panzer ist bereit für die Explosion. Schieß einfach auf. Direkter Treffer bei der Redlord. Panzerung, hey. Ich schicke das Ziel. Wow. Alter, Schwede ist doch viel zu eng hier, ne? Ey, das ist viel zu eng hier, Alter. Mach mal alle platt hier. Das war jetzt schon geil aus, Jörg. Das war schon geil jetzt gerade. Oh. Ja, dieser scheiß Helikopter hier, der muss rauen, drunter, ne? Fresst mich ein bisschen. Drohne offline. Ziel erfasst. Ich beginne mit dem Hacken. Ich hab einen Panzer. Primierzil hat eine Drohne erwischt. Du kannst es nicht aufhalten, Batman. Ihre Welt bricht zusammen. Was ist das denn jetzt? Drohne getroffen. Sir, wir müssen den Hack an der Quelle stoppen, sonst lässt alles aus. Alles klar, wie soll ich das denn hier machen jetzt? Machen Sie dieses Gebäude dem Erdboden gleich hier. Der Sieg ist unser. Komm, das Ding machen wir noch kaputt hier. Diejenigen, die auf seiner Seite kämpfen, glauben nach wie vor. Ich werde Ihnen zeigen, wie falsch sie lieben. Übernahmeprotokoll wird ausgeführt. Panzer unter Kontrolle. Alter Schwede hier. Dragon offline. Status kritisch. Warte auf Befehle. Es ist Zeit. Schicken Sie sie los. Wird nicht besser hier. Sie hat eine Drohne erwischt. Panzer ungetackt. Nein. Ey, wenn du jetzt noch drauf gehst, Junge. So, wen haben wir noch? Das war's erst mal. Und schon wieder diese Reutigen-Elektrotypen. 100 Pro. 100 Pro. Ich habe die Kontrolle über die Sicherheits- und Versorgungssysteme auf dem Dach. Ich kann die Schweine aufreißen. Du musst sie nur anloggen. Dann gucken wir mal, was wir hier tun können. Ich versuch's ja. Schieß das verdammte Ding aus. Achtung, Bertman ist hier. Ich soll sie anloggen. Kann ich da nicht irgendwie eine Runde Angst ausschalten oder so nehmen? Aber da ist diesmal kein Elektrotyp bei. Das ist schon mal ganz gut. Komm, hau'n um. Nimm dir mal die Waffe auf hier, Kumpel. Du stirbst hier und jetzt. Nein. Was haltet ich euch? Versteilung ist unterwegs. Halte durch. Oh nee, jetzt kommen noch mehr von diesen Typen. Ey, hier ist schon wieder so ein fetter hier. Komm, hau'n um. Los. Oh ja, Gott sei Dank. Ich hab nur noch einen, dann fäng dich rein. Los. Was für'n Zaun. Was für'n Zaun. Nein. Nein. Puh. Oh, da ist auch noch einer. Mann, 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 Mann hier. Na, wo ist denn Scarecrow jetzt? Wie viel kommen denn jetzt noch von den Typen? Sonst kannst du nicht mithalten. Och, Mensch, Alter, wie mich das stresst, ne? Ich weiß auch nicht, was das soll jetzt hier. Was ist das? Um das Ende rauszuzögern oder was? Was ist das für'n Blödsinn? Ich kann dir jetzt dir helfen. Wieder mit dem Mann. Na los, du bist wieder im Spiel. Na also, alles wieder ganz. Komm, schau'n. 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 Komm, hau'n um. Nr. 1. 1. Sehr gut. Mach auf! Bist du nicht mehr so stark, was? Du bist nicht der Einzige mit Highcloth. Oh, Mann, alter Junge. Hat irgendeiner grad diese Scheiße hier gedrückt oder was? Ich glaube nicht. Hau'n um. Ich hoffe echt, dass es das dann war mit dem Wellen hier, weil das stresst mich gerade so'n bisschen ab hier. Jetzt bist du nicht mehr so stark, was? Los, schlag zu! Komm schon! Komm schon, Batman! Schlag zu! Unter dem hier, du freak! Komm schon, schlag zu! Reiche einen Schock! Ich weiß den mal aus! Ich versuch jetzt, mich zu schlagen! Du kannst mich nicht erwischen, Batman! Oh, Mann, alter. Das ist der Einzige mit Highcloth. Ich verstehe auch nicht, wie oft ich das hier drücken muss, dass der Typ da seinen Elektroscheiß verliert. Junge, hab ich den... Er nimmt doch immer der, der am ungünstigsten ist, ne? Jetzt komm, hau' den um hier. Mann! Und jetzt, äh, jetzt will ich endlich mal Scarecrow töten hier. Gibt's ja nicht. Batman, hier warten viele Leute darauf, dir zu danken. Euch beiden. Und ich bin einer davon. Sah echt übel aus. Danke, Aaron, aber das ist doch nicht... Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hineinzugelangen. Besorgt die Überwachungsdaten. Hab's versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Er war doch da, oder? Keine Sorge, Oracle. Bin auf dem Weg. Oh Mann, ich glaube, es nimmt doch kein Ende mehr hier. Untersuche Gordons Erscheinen bei den Parnessa Studios. Wo muss ich denn da hin? Da hinten. Okay, okay. Ich hab schon ewig nichts mehr von Binks gehört. Ich glaube, er ist plötzlich religiös geworden.